Meine Freunde der Sonne, Just Nero, der Sensei, hat mal wieder ein Video hochgeladen und dementsprechend gehen wir natürlich mit Anlauf direkt rein, gucken uns das an, hören uns das zu Gemüte, leiden kollektiv, ich kenne das Thema grob schon, habe über drei Ecken von dieser Thematik gehört und habe deswegen auch im Vorfeld schon direkt maximale Schmerzen. Und wenn du auch maximale Schmerzen haben möchtest, dann guck doch zusammen mit mir diese Reaction und wir leiden gemeinsam, denn geteilter Schmerz ist doppelter Schmerz. Los geht's. Bevor wir loslegen, im letzten Video hat der ein oder andere gemerkt, dass zwischendurch random Buchstaben und Zahlen für einige wenige Frames eingeblendet wurden. Das war keine Bock... Wer hat das gemerkt? Oh, die Kuh. Wobei, da war kurz Thomas zu sehen, das hat das Ziel noch. Das ist nochmal okay. Okay. Wer hat das gemerkt? Also Real Talk, ich habe nichts davon mitbekommen. Mistige Inkompetenz von mir, sondern ein 50 Euro Playstation Guthabenscode für euch. Vor ein paar Monaten habe ich schon mal angekündigt, 50 Euro rauszuhauen, weil ich in irgendeinem Video, ich wette um 50 Euro das mit meiner großen Klappe gesagt habe und mal wieder einfach krachend daneben lag. Ich wollte das schon länger machen, habe es dann aber einfach jedes Mal wieder vergessen. Worum ging's da? Worum ging's da? Weiß man das? Das war nicht der Shoutout, ne? Das war nicht der Shoutout damals für mich. Hat ja im August, hat er gesagt, so, wenn wir die, ich glaube die 10.000 voll machen oder sowas, dann spendet ihr da irgendwas, oder da habe ich ihn jetzt geoutet und der hat das doch nicht ausgezahlt. Wer funny, wer funny, wenn er bei der Community nochmal ein Fubi schulden würde. Äh, aber weiß ich gar nicht. Habe ich zum Namen? Weiß das jemand? Ich hab keine Ahnung. Er versp... Just Nero schmeißt soft mit Geld in die Community. Dinge, die ich niemals tun werde, denn ich bin geistig und arm. Falls werde ich das ab jetzt öfter machen, nicht in jedem Video, wie und wann ich das mache, das ist einfach meiner Laune überlassen. Win-win für alle, würde ich sagen. Nach drei Stunden und 60.000 Aufrufen hat dieser User hier den Code geknackt. Seid ihr auf jeden Fall gegönnt. Ich hab sofern Info... geblendet und jetzt ist halt 180 Grad Wendung, ey, wirklich crazy. ...Involviert sind True Crime für mich entdeckt, das wird der ein oder andere, der diesen Kanal hier verfolgt, schon bemerkt haben. Aber, Junge, gefühlt mit jedem Video wird das ja einfach nur noch morbider. Heute befassen wir uns mit Maxim Lioti, dessen Namen ich garantiert ungefähr 20 Mal falsch aussprechen werde in diesem Video. Oder, wie er sich selbst bezeichnet, Yarillodruck. Ja, da krieg ich auch gleich Druck, ey. Was für'n Druck. Yarillodruck. Bereits an der Stelle lässt sich eine gewisse Mentalität und Überheblichkeit feststellen. In der slawischen Mythologie, die sieben Götter der Kiewa-Rust, ist Yarillod der Sohn des höchsten Gottes Perun und... Ja, moin! Ja, moin! Ja, moin! Da denkt jemand also... Das ist schon wieder... ganz großer Schmerz. ...mit dem scheint er sich zu assoziieren. Das Konzept hinter diesem Gott findet sich übrigens übertragen auch in den großen drei monotheistischen Weltreligionen. Druck, der zweite Teil seines Namens, heißt so viel wie Freund oder untereinander. Es drückt auf jeden Fall eine Art Gleichstellung oder Gleichwertigkeit aus. Dass er sich als einen Sohn Gottes... Also, also Sohn Gottes unter Menschen? Bruder, du bist kein Demigott. Du bist... Du bist Delusion ist ein Urgroßvater. Was zur Hölle? Was kriegt die denn ins Wasser da, dass man so wird? Junge. Das gibt... Ich verstehe ja so... Ich meine, ist doch okay, einen gesunden Selbstwert haben, so ist das völlig okay. Das ist sogar gut, einen gesunden Selbstwert zu haben, so. Aber... Man... Selbstwert auf Steroide. Oder assoziierten porträtiert, vielleicht sogar sieht, ist übrigens mentalitätstechnisch nicht nur eine Rumblödelei mit den Namen. Das werdet ihr später im Verlauf dieses Videos noch verstehen, so viel sei auf jeden Fall gesagt. Jarello wurde und wird vereinzelt immer noch als Gott der Energie, Licht, Liebe und der Geburt neuen Lebens gesehen. Deshalb banden sich die alten Slav... Emotional Damage! Ich hab' jetzt schon wieder viel zu stark geschmeißt. Bin ich schon wieder Quelle von Energie, Licht, Liebe und Geburt... In Verbindung mit dem Typen... ...haben, wenn sie um Ernte, Wärme, Kraft oder Licht baten an die Sonne. Jarello wurde als die Verkörperung dieser Weltraumsauna, also das war ein Plasma-Balz da oben gesehen. Die Ostslaven hingegen hatten das Bock als ihren Gott der Sonne auserkoren. Ihr fragt euch bestimmt, was soll dieser Exkurs jetzt schon wieder? Warum labert der uns dann Kotelett ans Knie? Naja, ich würd's nicht erzählen, wenn das nicht der entscheidende Faktor für das Menschenleben, welches dieser Influencer auf eine unsagbar grausame Art genommen hätte, wäre. Bevor wir weitermachen, danke an Incogni für Sponsoren dieses Videos. Das ist eine freche Lüge. Wenn Just Neo sich nicht regelmäßig selber hinterfragt, beziehungsweise reflektieren würde, dann würde der andauernd irgendwie solche Informationssachen raushauen. Andauernd, so. Er ist Mr. Funfacker und redet ja andauernd irgendeine Frikadelle ans Knie, so. Als ob, als ob er nicht ausschweifende Erklärungen für irgendwas finden würde. Einfach nur, weil es ihn interessiert hat, so. So im Fokus, so. Als ob nicht, so. Ja, ja. Deswegen, er würd uns das nicht erzählen, wär's nicht relevant fürs Video, Mr. Schon klar. Schon klar. Es gibt garstige Menschen im Internet, die mit eurem privaten Daten auf eure Kosten Moneten machen. Immer wieder kommt es zu Datenlecks und anderen Schlumpflöchern, mit denen sich Datenbroker eure privaten Details ersneaken und weiterverkaufen auf Tradinghasen angelehnt. Man kann... Okay, ich kann diese ganzen Apo-Red sprechen hier nochmal. Aber, ne, passt doch auf eure Daten auf. Daten sind wichtig und richtig. Äh, code Just Neo, wenn ihr euch auf eure Daten aufpassen wollt. Darauf erstmal ein Placement-Kekwee. Ja, das ist das Nero, so, der hat in jedem Video ein Placement. Das ist wichtig und richtig. Wie soll er sonst auf seinem Berg voll Geld schlafen? Link in der Beschreibung. Fiese Esoterik. Ich bin ein bisschen eifersüchtig, muss ich sagen, auf diese ganzen, äh, Animationen, Effekte, Übergänge und so eine Schütze, ne? Sowas bräuchte ich auch. Ich bräuchte sowas auch. Bisschen was fürs, fürs Auge, für die Überleitung. Ich mach ja Überleitungen zur Zeit ganz viel mit Memes und so, aber ich glaub, gerade bei einzelnen Themen kann das ein bisschen schmacklos sein. Das ist, das... Ich würd mich halt auch gerne so ein bisschen content-technisch entwickeln. Lifestyle-Influencer und Coach promotete zunächst einen veganen Lebensstil, was ja erstmal eine total gute Sache ist. Mit der Zeit ging er immer mehr in die radikale Rohkostrichtung, allerdings gemischt mit einer gehörigen Portion Esoterik. Viele vegan lebende Menschen denken bei ihrer Lebenseinstellung an den Tier- oder auch Umweltschutz. Beides trifft nicht auf Maxim zu. Weder juckt ihnen das Leben von Tieren oder auch generell Leben, noch gibt er etwas auf Umweltschutz. Er ist eher vom Typus, ich umarme dann jetzt mal den Baum, um eins mit der spirituellen Energie zu werden und das... ...Monts. ...das Erdchakra in mich aufzunehmen. Genau, sicherlich. Er sagt natürlich, würde ich mich allerdings nicht wundern, wenn er das wirklich irgendwo mal behauptet hätte. Dass er vom Klimaschutz nichts hält, das macht er relativ deutlich. Was ist das für ein Schwachsinn? Was ist das für ein Schwachsinn? Also, einerseits will er irgendwelche Bäume umarmen und daraus Energie zu ziehen und was weiß ich was alles so, und gleichzeitig zerstört er genau diese mit seinem Lebensstil. Jäger, willst du mich verarschen? Also, was zur Hölle? Du kannst nicht beides haben. ...geht er auf Instagram zum Beispiel, wie geil es doch ist, wenn er bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 bis 110 kmh bei 124 fährt. Dass er das aufnimmt und dann auch noch im Internet postet, gehört zu ihm wie das Flexen mit dicken Autos. Außerdem riecht er hinter Greta Thunberg die ganz große Weltverschwörung. Sie ist nämlich laut ihm nur eine von der Regierung installierte, finanzierte Schauspielermarionette. Seiner Aussage nach gab es übrigens... Von welcher Regierung? Von der russischen Regierung? Von der deutschen Regierung? Ist sie nicht? Schweden, Finnen, Skandinavierin, irgendwo aus der Region und so. Äh, Weltregierung oder wie? So ein Ding ist das. Zu viel One Piece geguckt. 3D-Drucker bereits in der aktuellen Form vor über 300 Jahren. Warum er das behauptet, weiß ich nicht. Das erschließt sich mir einfach nicht. Von allen Regionen. So wirklich. Die man belächeln kann. Wenn mir jemand erzählt, dass 1700 Zwieback bereits in jedem Haushalt irgendwo 3D-Drucker standen, dann lache ich die Person halt aus und so ohne Strom. Aber ein 3D-Drucker war am Start. So Strom nicht, fließend Wasser auch nicht, so. Aber ein 3D-Drucker, der war da. Den hatte jeder. Und da wurde massiv mit gedruckt. Denk mir, ja okay, du bist ein dämlicher Volltrottel. Bei dem nächsten Punkt hingegen hört jeglicher Spaß auf. Wie ihr im Titel schon gelesen habt, ist dieser Influencer ein Mensch, der Lichtnahrung propagiert und als legitime Diätmöglichkeit oder gar valide Ernährung hinstellen möchte. Anhänger der Lichtnahrung, Pranaernährung oder auch Präfarianismus behaupten, dass der menschliche Körper in der Lage wäre... Warum findet er so komische Wörter für Schwachsinn? Wieso benutzt er so komische Wörter? Ich glaube, er hat Schwachsinn falsch geschrieben. Das schreibt sich ganz merkwürdig. ... sich ausschließlich vom Licht zu ernähren und seine Energie aus dem Sonnenlicht oder kosmischer Energie bezieht, ohne jegliche Art der festen Nahrung oder Getränke zu sich zu nehmen. Ich weiß nicht, ob diesem ungewöhnlich dämlichen Trottel mal jemand erklärt hat, dass wir keine Pflanzen sind. Das bist nicht du. Photosynthese. Photosynthese. Die Idee, dass es funktioniert, fußt auf mehreren verschiedenen spirituellen und esoterischen Traditionen und Theorien. Also, also, blanke Illusion. Komplett, einfach nur komplett lachgesoffen. Es hat einen Grund, warum Pflanzen grün sind. Wie in den Chloroplasten, die dann halt, in denen man dann, sozusagen, die Photosynthese beobachten kann, beziehungsweise bewiesen hat, mäßig. Als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, war ich noch nicht grün. Ich empfehle zu dem Thema das Video von Kanalsteuerung F über den Fall Finn Boromir. Die konnten tatsächlich mal auf Hit-Commerce-Basis sehr, sehr krasse Videos raushauen, bevor sie halt Nero gemacht haben und meinten, in ihrem eigenen Vorgarten so ein wenig kokeln zu müssen. Nur, dass es bei Nero strittig und bei Steuerung F hingegen eindeutig ist, dass da Reputations-Pyromanie an der Tagesordnung stand. Ich wollte gerade sagen, dass das mit Nero gar nicht mal so etabliert ist, dass er es auch wirklich getan haben soll, sondern dass es eventuell auch im Nachhinein, das war damals in Rom generell gang und gäbe, dass da eventuell der eine oder andere im Nachhinein mal ein wenig schlechter gemacht worden ist. Was ist mit braunen Algen? Algen sind sehr spannende Pflanzen tatsächlich, denn sie sind eine Mischung aus, also sie sind Pflanzen, aber auch gleichzeitig... Warte, da habe ich letzten Tag, die sind... Ah, das will ich jetzt nicht nachgucken, aber Algen sind komplex, komplizierter. Algen sind nicht im herkömmlichen Sinne wie Pflanzen. Braune Algen, ich weiß nicht, sind Algen generell braun? Also die Algen, die ich kenne, sind nicht generell braun, aber es gibt wahrscheinlich auch braune Algen. Keine Ahnung, aber ich weiß, dass Algen eine Mischform sind. Aus Flechte. Flechte, eine Mischung aus Flechte und Pflanze. So war das. Zurück zum Thema. Wenn Maxim diese Sonnenlichternährungsweise für sich persönlich als das Richtige angesehen hätte, ja, wäre mir halt egal gewesen. Immer noch super dämlich, aber im Endeffekt seine Sache. Wenn sein Körper Probleme macht, wird er sich schon melden. Ab dem Punkt, an dem er das seinen Zuschauern und Followern allerdings empfohlen hat, wäre es Zeit gewesen, seinen Kanal einfach direkt platt zu machen. Ich bin ja grundsätzlich eigentlich gegen Löschung. Ich halte es für falsch, dass große Konzerne, die Macht haben, einzelnen Personen die Plattform nach ihrem Ermessen wegzunehmen, aber das hat selbstverständlich auch Ausnahmen. Die Verbreitung klarnationalsozialistischem Gedankengut zum Beispiel oder halt eben saugefährliche Scheiße, die die Allgemeinheit gefährden könnte wie diese. Ebenfalls dazu zählt arglistige Täuschung. Das ist eine Schlechte, die schon ein Mix aus Pflanze und Pilz kann sein. Ich bin kein Biologe. Ich weiß halt, dass Algen komplizierter sind, dass sie nicht einfach nur in Anführungsstrichen Pflanze ist, sondern eine Mischform, so ein Mix ist. Wie Hidi oder generell Maxims Content. Es kommt immer wieder zu Todesfällen im Zusammenhang mit Lichternährung, das von einem fast sechsstelligen Publikum als 1a Lebensweise hinzustellen, bedarf mir, glaube ich, keiner Erklärung, warum ich das nicht im Internet haben möchte. Der Todesfall des ein Monat alten Babys, Cosmos Luty, ist allerdings besonders tragisch. Wie gesagt, wenn Maxim so leben möchte, ist es seine Entscheidung. Dass er sein Baby dazu gezwungen hat, so zu leben oder leider auch zu sterben, ist in meinen Augen einfach nur Mord. Besonders perfide sind die Gründe, warum er das mit seinem eigenen Sohn abgezogen hat. Ich check noch nicht ganz, warum er das mit seinem Sohn macht. Ich meine, es reicht auch, wenn er das macht. Und wenn seine Partnerin das auch macht. Oder keine Ahnung. Aber warum die Entscheidung für sein Kind machen. Also, vor allen Dingen, der promotet doch auch den allgemeinen Lebensstil, dass man ja auch, also Veganismus im Allgemeinen heißt, dem ist ja bewusst, dass man essen kann und auch sollte. Warum es dann lassen? Und vor allen Dingen, wenn lassen, wieso denn direkt beim Kind? Und warum haben Frauen Brüste, wenn sie nicht gerade Neugeborene damit säugen sollten, von der Natur vorgesehen? Das ist halt ein Grund, warum wir nicht auf Nicht-Lichtnahrung unsere Ernährung aufbauen. Das hat ja einen Grund. Zum einen hat er direkt kommuniziert, dass er seinen Followern beweisen wollte, dass Lichtnahrung eine reelle Sache ist. Nach dem Motto, ich mach das jetzt mit meinem eigenen Sohn, dann seht ihr ja, dass das funktioniert. Mach das mit deinem eigenen Körper. Generell einfach als Versuchskaninchen benutzt. Wenn ihr denkt, dass das an Ekelhaftigkeit nicht zu überbieten ist, wartet einfach ab. Kosmos starb nicht nur an Unterernährung. Er wog zum Ende hin gerade noch 1,2 Kilo, in dem Alter hätte er 4,5 wiegen sollen. Zeitgleich war das Baby sehr schwer erkrankt an einer Lungenentzündung, wofür ebenfalls das Monster von seinem Vater verantwortlich war. Jetzt verstehe ich auch das Kommentar, warum man den nicht Vater nennen sollte, sondern eher Erzeuger. Das ist halt krank eklig. Das ist halt krank eklig. Wirklich hart. Maxim oder Jarello war der Auffassung, dass er einen Supermenschen heranzüchten könnte, seiner Aussage nach... Indem er den verhungern lässt? Wie kann man denn so delusional sein? Wofür hat er denn seine Chompers? Wenn du da nichts reinpacken sollst, zum Essen und Kauen. Digga, alles an unserem Körper schreit, du brauchst Essen, du brauchst Nahrung und er auch... Mein Kind ernähre ich einfach nicht. Das lebt von Licht und Liebe. Wenn er sein Kind bereits ab diesem Alter an abhärten würde. Das tat er, indem er sein nicht mal 30 Tage altes Baby holt hatte. Unter anderem war es für ihn gang und gäbe, das Kind mehrfach mit eiskaltem Wasser zu übergießen oder unterzutauchen und es dann nicht abzutrocknen. Dass sein Baby offensichtlich... So funktioniert... Ist das kaputt? Wieso? 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 Kommt man auf die Idee, das mit einem Kind zu machen? Wie? Nee, die haben ja nur ihr ganzes Leben lang gefühlt dafür studiert und versucht auf einer reproduzierbaren, evidenzbasierten Basis Menschen zu helfen, anstatt... Oh, die Sonnenstrahlen, die helfen dir schon, so. Nee, dem Arzten kann man nicht vertrauen. Der hat das ja jahrelang studiert, so. Dann lieber irgendeinem Zolloguru, der drei Bücher gelesen hat und sich sonst was hirnschwurbelt, darauf den hören, so. Weil ich hab ja mal gesehen, dass irgendjemand, den ich kenne, der jemanden kennt, der eine Tante hat, dessen Onkel, dessen Urgroßvater mal irgendwo, irgendwie, mal eine Verbesserung in irgendwas gesehen hat. Und deswegen muss das ja stimmen. Ich hasse, ich hasse diese Esoterik so doll. Das, deswegen, deswegen bin ich so ein Feind von Esoterik. Weil das resultiert da drin. Ja, aber diese ganzen Sternzeichen und Horoskope, das ist ja harmlos. Nein, es ist nicht. Es ist nicht harmlos. Wenn das, das am Ende des Weges lauert, ist die, ein bisschen Esoterik, nicht ungefährlich. Die Übergänge sind fließend. Heute noch denkst du, heute noch denkst du, dass Horoskope und Sternzeichen wirklich dein Leben beeinflussen und ein Jahr später glaubst du halt echt, dass du dich von Licht ernähren kannst und dass die Regierung versucht, dir mittels Spritzen irgendwelche Chips einzupflanzen. Also, und alles, was die Waldorfschule macht. Seine Frau Oksana Mironova hingegen war strikt gegen das, was ihr Mann ihrem gemeinsamen Kind antat. Wie konnte das also passieren? Relativ einfach. Die Frau von Maxim hatte eine unfassbare Angst vor ihm und wurde nahezu gänzlich unterdrückt. Dies kam... Wundert mich nicht. Also, ich hätte auch Angst vor diesem Menschen. Er scheint nicht ganz richtig zu sein, wenn er sein Kind verhungern lässt, so. Also, ein schutzbedürftiges Kind, das ist 30 Tage alt, so. Natürlich musst du Angst vor so jemandem haben, der ist völlig wahnsinnig, völlig delusional. Auf welche Idee kommt er als nächstes? Man wird es gar nicht wissen. Und man wird es hoffentlich auch nie erfahren. Er kam vor Gericht zur Sprache und wurde ebenfalls familiärerseits bestätigt. Man soll von Maxim den Eindruck gehabt haben, dass er sich wie ein Sektenführer verhalten haben soll und bei Ungehorsam zu allem bereit gewesen wäre. Seine Frau durfte quasi überhaupt nichts. Sie durfte nicht einfach von zu Hause weg, sie durfte nicht mal zum Arzt oder in ein Maternity Hospital zur Schwangerschaftskontrolle. Er verbot es ihr klar, das Baby zu füttern, sonst wären halt unschöne Dinge passiert. Ihr Mann ließ Oksana nicht arbeiten, wodurch sie halt kein Geld verdienen konnte und auch nichts von ihm bekam. Aber diesen Feminismus, den brauchen wir ja nicht. Der will ja nur die Männer unterdrücken. Dieser Feminismus, den brauchen wir ja gar nicht. Heutzutage ist Feminismus völlig überbewertet. Thomas! Sie musste quasi einfach zu Hause bleiben und den Haushalt machen. Zwar hatte Oksanas Mutter ihr Geld zugesteckt, um irgendwie an Nahrung für das Baby zu kommen, allerdings war es so gut wie unmöglich, irgendwas zu tun, weil Maxims wachsame Augen sie halt drängstens unter Beobachtung hielt. Freie Bewegung war schlicht unmöglich. Das Urteil. Das Urteil. Maxim bekannte sich vor Gericht schuldig, seinem Sohn schlimme Dinge angetan zu haben und die Schuld an seinem Tod zu tragen. Allerdings wollte er bitte eine mildere Strafe haben, weil er wollte das ja alles nicht. Ja, da. Wenn du jemandem ins Gesicht... Nein, Herr Officer, ich wollte mein Kind nicht aus... Ich hab mein Kind aus Versehen verhungern lassen. Ich wollte nicht, dass es stirbt. Ich wollte nur, dass es nicht mehr essen kann. Und ich hab's aus Versehen auch nur regelmäßig mit kaltem Wasser übergossen damit, dass eine... Und dass da eine Lungenentzündung rauskommt, das wusste... Das wollte ich ja alles gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, dass... was passieren kann, wenn ich... Also, Digga, was... Das, also... schießt und ihn dann damit tötest, kannst du vor Gericht auch nicht sagen, oh, wollte ich ja nicht. Seine Handlungen haben zum Tod geführt und er hat weitergemacht, trotz, dass es mehr als genügend Alarmzeichen gab. Das ist so ein typischer Karl, das tötet Menschen-Situationen. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Dass seine Verteidigung... Oh, ja, das wusste ich nicht. Ja, hoppala. Das wollte ich nicht. Ne, hops. So, acht Jahre Haft in einer Arbeitskolonie aufgrund des Foltern eines Babys mit Todesfolge verurteilt, sowie einer Strafzahlung von 100.000 Rubel, was ungerechnet 1013 Euro sind. Seine Frau wurde in erster Instanz zu zwei Jahren Arbeit ohne Haft verurteilt. Ein aktuell rechtskräftiges Urteil bleibt allerdings noch aus. Ich persönlich bin kein Mann vom Fach, empfinde acht Jahre für Folter mit Todesfolge eines... Aha, jetzt am Ende mit eigener Mann. Meinung oder so. Das Nero bewegt sich also langsam und stetig aus der Meinungsblogger-Szene heraus. Tareta! Und wer wird dieses Macht-Vakuum füllen müssen? Ich weiß nicht, ob ich dieser Bürde gewachsen bin. War wer, wenn nicht sein Schüler? ...hatte alten Babys allerdings für deutlich zu niedrig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht an der Stelle. Bei dem Urteil seiner Frau bin ich zwiegespalten. Einerseits hätte sie bestimmt irgendwie die Möglichkeit gehabt, die Behörden einzuschalten und zu involvieren. Ich weiß nicht, ob das so eine Art unterlassene Hilfeleistung wäre. Andererseits wurde sie halt gänzlich erdrückt und hatte einfach wahnsinnige Angst vor ihrem Mann. Die Versuche, das Baby heimlich zu füttern, sind ja leider auch gescheitert. Man kann es aus dem Blickwinkel betrachten, dass die Frau ihr Baby verloren hat und nichts dagegen machen konnte. Wenn man es so sieht, wäre es auf jeden Fall falsch, sie obendrein auch noch zu bestrafen. Aber um sich da eine Meinung zu bilden, die fest im Sattel sitzt, hat man einfach viel zu wenige Informationen, inwiefern die Mutter so eine Schuld trifft oder auch nicht. Sein Instagram-Account ist übrigens immer noch da. Der wurde nicht gelöscht. Wisst ihr, was besonders heuchlerisch ist? Er wurde in Untersuchungshaft dabei erwischt, wie er Fleisch isst, obwohl es andere Möglichkeiten gegeben hätte. Das war heute wirklich ein harter Fall. Ich hoffe, diese True-Crime-eske Aufarbeitung dieses wirklich fürchterlichen Influencers hat euch gefallen. Ich weiß auch nicht, ob Gefallen hier das richtige Wort ist. Ihr wisst auf jeden Fall, wie ich das meine. Hoffentlich hören wir uns in Bälde wieder mit einem etwas humanerem Thema. In dem Sinne, bis bald. Also, ich bin selber zwiegespalten, ob man die Frau bestrafen verurteilen sollte. Vor allem, weil sie ja nur wenig bedingt Mitspracherecht hatte. Wobei meine Empathie da in dem Sinne ein Stück weit reduziert ist. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man sich in irgendeiner Weise mit so einem Monster einlassen kann. Kann mir keiner erzählen, dass man das nicht hätte mitkriegen können. Das ist jetzt nicht wie Dude, der dir einfach häusliche Gewalt oder sowas ausübt. Sondern das ist halt schon, das ist halt real-talking Monster. Das ist halt real-talking Monster. Und, keine Ahnung, wurde auch gesagt, dass ihr das Haus nicht verlassen darf. Anzeige vielleicht anonym oder sowas hätte ich vielleicht. Ja, aber auch da Opferschutz und so. Das ist eine schwierige Geschichte. Das ist natürlich echt in dem Fall schwer zu beurteilen, ob das gerechtfertigt ist, ob sie bestraft werden sollte als, in Anführungsstrichen, unwillende Mittäterin oder was weiß ich, ob das ein Begriff ist. Keine Ahnung. Ich argumentiere hier rein moragisch. Ich bin kein Jurist. Ist mir auch völlig egal, wie es juristisch aussieht. Was man mit dem Kerl machen sollte, naja, Vergeltung bringt halt nichts. Das macht das Kind nicht wieder lebendig. Aber die Plattform, auf jeden Fall, auf jeden Fall, der sollte nie wieder in irgendeiner Weise Möglichkeiten haben, mit seinen kruden, ekelhaften Ansichten Geld zu verdienen. Also wirklich nicht. Und acht Jahre für kaltblütiges, heuchlerisches, heuchlerischen Mord an einem Neugeborenen, einem Säugner Plus, die Folter, die dem ja das Kind ausgesetzt hat, so durch, äh, kalt Wasser und Baden und so ein Shit, so, weiß ich nicht, ob acht Jahre da gerechtfertigt sind, so. Weiß ich wirklich nicht. Aber, anscheinend war der Fall ja auch bekannt, da hätte man auch wieder früher eingreifen müssen, mehr sozial, so, das Land, das Russland gewesen wahrscheinlich, ne, also sozialpolitisch, hätte da, hätte da das Jugendamt definitiv mehr Kapazitäten, mehr Ressourcen haben müssen, um überhaupt das auf dem Radar haben zu können, um überhaupt dann da den Dialog suchen zu können, was nicht der Fall ist, wie bei uns auch nicht, was ein sozialpolitisches Problem ist, dass diese Institutionen keinerlei Handhabe haben, was man halt, äh, auch wieder unter dem Schirmen ist, der feministischen Debatte verorten kann und sollte, dass da ja einfach viel zu wenig Ressourcen und viel zu wenig Zeit und Energie in die Institutionen gefundelt wird, die eventuell in der Lage gewesen wären, dort zu intervenieren, nachdem irgendjemand Aufmerksamkeit auf diese Thematik, äh, ja, geworfen hätte, weil das war ja, ich meine, allein, dass er angekündigt hat, dass er das macht, war ja dokumentiert, das war ja, also, es war ja bekannt, sagen wir es so, also, was zur Hölle, Hölle.